Ja hallo meine lieben Freunde und ein ganz herzliches Willkommen zu diesem neuen Part Let's Play Devil McRae 2 Mission Nummer 8 Ja wir gehen mal eben auf unsere Power Ups und schauen mal eben was wir so aufwerten können 20.000 Rebellion ist ein bisschen viel, 5.000 Vendetta Okay ich guck mir das mal hier eben an was hier mit den Items so abgeht Eine goldene Kugel haben wir und wir könnten dann im nächsten Level den blauen Orb uns holen und das werden wir auch tun Also sparen wir uns die und ich sag mal müssen start, viel Spaß dabei Very well what have we here? Do you have to ask? Hmm maybe another time Very well what have we here? Do you have to ask? Hmm maybe another time Oh 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 Was hat Arius doch hier für einen eigenartigen Humor oder? Muss ich schon sagen Oh 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 unser neues schwert die vendetta das haut ordentlich rein ich schau mal ja das geballert wird natürlich am meisten da muss ich mal jetzt gucken wie bei den kerl hier besiegen am besten flammen des unheils was will er denn warum will er uns denn hier einsammeln alter was geht was geht mit dir hey what the fuck komm mal klar ich brauche hier ganz schnell mal so einen grünen orb sonst gehen wir wohl drauf alter komm mal klar oh yeah bums baller war junge ja was das du fänner ich will dass du stirbst hast nicht zugehört was geht mit dem ab so war das eigentlich nicht gedacht item ich habe kein item das ist natürlich sehr sehr schlecht jetzt gerade ja komm halt's maul was soll denn dieser müll oh oh komm ich wette der wird das so komm her komm ich mach dich platt komm noch mal bitte her man ich brauche ganz dringend leben hey kumpel ich brauche leben die frage ist mal wieder wo finden wir jetzt noch grüne orbs bullshit dahinten es ist jetzt dein ernst moment da muss ich so hier hin wo war der denn jetzt da okay wir haben ihn alles klar da hat er uns bekommen müll müll ich konnte nicht so schnell ausweichen was soll ich da machen oh mein gott schön hinter ihnen und jetzt schön von hinten drauf platzeln ist klar komm pfiffi mach sitz ich sagte mach sitz komm hey alter ich baller dich einfach so ab geht schon fast schon komm 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 rapid feuer rapid feuer rapid feuer du musst jetzt drauf gehen tut mir leid für dich tja tut mir echt leid für dich du mein kleiner ifrit boy aber das hat wohl leider nicht so ganz geklappt wie du dir das vorgestellt hast oder du kleiner aber sicherer dämon ich hab dich in die hölle zurück befördert so wie es sich für einen dämonenjäger auch gehört also ich würde mal sagen wir sehen uns in der nächsten folge let's play devil mit raid 2 bis dann und ciao euer let's play egamer